Stell dir vor, du wachst frühs auf und du weißt, was du vom Leben willst. Du hast eine sinnvolle Aufgabe gefunden und du weißt, was das Leben von dir will. Ich gebe dir die Möglichkeit, im Booster Life Home, im ersten Online-Heilungszentrum, dein eigener Heiler zu sein. Lerne deine Lebensenergie so fließen zu lassen, sodass sich Probleme leichter lösen und du mehr Lebensqualität bekommst. Wenn Körper, Geist und Seele in Einklang sind, fühlt sich dein Leben im Außen leichter an. Nimm dein Leben in die Hand und übernehme die volle Verantwortung für deine Entwicklung. Wenn du genug für dich sorgst, dann kannst du auch für andere da sein. Denn Energie ist Information und Bewusstsein. Gib deinem Leben eine Chance, von dir entdeckt zu werden. Booster Life Home ist ein Ort, an dem Wunder möglich sind, wenn du sie zulässt. Es ist ein Ort, an dem du wachsen kannst und bei dir selbst ankommst. Wir sehen uns im Booster Life Home.